Und das geht, das läuft. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ich bin diesmal vor der Kamera. Oh mein Gott, das ist doch ein bisschen merkwürdig, würde ich einfach sagen. Auf jeden Fall habe ich euch ungefähr vor einer Woche gefragt. Leute, habt ihr irgendwelche Fragen in mich? Habt ihr irgendwelche Mutproben, die ich irgendwie machen sollte? Also schreibt das gerne in die Kommentare und das ist dabei rausgekommen. Auf jeden Fall ohne lange Vorrede, würde ich einfach sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Kathi, hast du Geschwister? Wenn ja, wie alt sind deine Geschwister? Ich habe einen kleinen Bruder und vor einem Monat ungefähr dachte ich, der wäre 14, aber er hat mir letztens gesagt, er wäre 15. Nein, er ist 16. Und ich habe eine ältere Schwester, ich glaube, sie ist 28. Aber ich bin 21. Das weiß ich immerhin. Aber Rantwuki hat gefragt, Ketchup auf oder neben deinen Pommes? Ich mag gar keine Pommes. Mokubi möchte, dass ich mein 50-Abo-Special nachmache. Hey, ich bin's, eure Gaming-Kati. Vielen Dank, ehrlich. Vielen Dank für die 50-Abo. Okay, let's go. Hey Leute, ehrlich, mega Dankeschön für die 30.000 Abonnenten auf diesem YouTube-Kanal. Süß oder salziges Popcorn? Ich hasse Popcorn. Ich bin, glaube ich, derzeit der Nacho-Mensch. Mach einen Kopfstand und halte dich 10 Sekunden. Trinke dabei Wasser durch den Strohhalm. Ich hasse dich. Oh mein Gott. Ich bin voll im Schwiegen kalter. Oh, ich mache die Tür auf. Ja, ich muss sagen, in diesen 5 Jahren, die ich gewachsen bin und gereift bin, wenn man das so sagen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das ziemlich gut hingekriegt. Boah, das ist eklig. Hattest du Zweifel, bevor Animal Crossing New Horizons released wurde? Beziehungsweise, gibt es was im Game, was dich nicht so fasziniert? Ich hatte wirklich, als ich mir dieses Spiel geholt habe und als ich darüber schon Infovideos gemacht habe... Okay, Kati, denk jetzt ganz ordentlich nach. Du bist eine Animal Crossing YouTuberin und wenn du jetzt sagst, dass das Spiel totale Rotz ist, dann geht das natürlich einfach nicht und alle, die abonnieren dich. Also, also, was sag ich, was sag ich? Boah, um ehrlich zu sein, habe ich jetzt schon ziemlich Bock auf Kuchen. Oh, das wäre richtig gut, wenn ich einen Schokoladenkuchen mit leckerer... Äh, Kati, Moment mal, Konzentration. Ich dachte schon oder ich habe schon gewusst, dass dieses Game irgendwie unfassbar gut wird. Mach mal eine Kellerroom-Tour. Ihr wolltet eine Kellertour, also hier ist die, ich muss sagen, ist wirklich mein Lieblingsort. Echt gemütlich. Hm. Mutprobe. Beweise, dass es Bielefeld gibt. Mach mal einen richtig coolen Skateboard- oder Breakdance-Trick. Mann, ey, so geht das nicht. Definitiver Fail. Nutella mit oder ohne Butter. Definitiv ohne Butter. Wer mit Butter ist, ist einfach unfassbar ekelhaft. Zwinge jemanden, Animal Crossing zu spielen. Du musst Animal Crossing spielen. Ich will jetzt kein Animal Crossing spielen. Wie kam es auf die Idee, dir früher kurze Haare schneiden zu lassen? Weil ich einfach ein Junge sein wollte. Ich hatte keinen Bock mehr auf Mädchen sein. Ich kann es irgendwie nicht beschreiben. Ich wollte einfach nicht, dass man mich als Standard-Mädchen sieht. Ich kann es nicht erklären. Leute, ich mache YouTube. Ich will was Besonderes sein, natürlich. Erst das Müsli oder zuerst die Milch? Beides gleichzeitig? Wenn du richtig mutig bist, mach mal deine Insel für 24 Stunden auf und guck, was passiert. Muss man eigentlich mal switch? Boah, ich bin ziemlich, ziemlich gespannt, was gleich passiert, wenn ich meine Insel 24 Stunden auf habe. Also Leute, jetzt einfach mal gucken im Spiel, ob ich gleich online bin. Eine Ewigkeit später. Hast du schon mal geklaut? Boah, der YouTuber macht echt geile Videos. Die Idee muss ich definitiv klauen und so tun, als wäre es mein Video. Oh mein Gott, was macht der da? Der hat ein Schaf geköpft? Oh mein Gott, da muss ich definitiv sagen, dass ich auf diese Idee gekommen bin. Oh, das gibt so viele Klicks. Oh mein Gott, so viel Geld. Gehe jemanden so lange auf die Nerven, bis er dich anschreit. Das ist gar nicht mal so schwierig. Ey, Florian, Animal Crossing ist jetzt halt so krass im Hype. Das musst du dir vorstellen. Ich meine, du kannst zu acht mit den Leuten irgendwie spielen. Das ist halt wirklich mega cool. Ich meine, guck dir das doch mal an. Das ist unfassbar. Oh Mann, der arme Florian, ey. So, meine lieben Leute, ich würde einfach sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt doch einen Daumen nach oben. Das Video war nämlich wirklich ein bisschen viel Arbeit. Keine Ahnung, welche Arbeit ich reinstecke. Vielleicht werde ich viel schneiden. Vielleicht werde ich nichts schneiden. Vielleicht werde ich dieses Video gar nicht erst hochladen. Ich hoffe trotzdem, dieses Video hat euch gefallen. Hat euch zum Lachen gebracht. Und nochmal danke an... Und nochmal danke an meine lieben Mitglieder, die mich auf diesem Kanal supporten, unterstützen oder ähnliches. Und wenn du es auch machen möchtest, kannst du es gerne neben dem Abo-Button mal versuchen mit gewissen Vorteilen, die sehr, sehr unterschiedlich sind und sehr, sehr cool. Dann würde ich einfach mal sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal. Oh, ich mache einen Updates gerade. So, ich hoffe, dass das jetzt... Ich muss... Oh, mein Gott! Die gesalzen sogar... Oh, das wäre noch geiler. Ja, die schmeckt sogar. Ui! Zieh mal den Bauch ein. Und wir haben es hier rausgezogen. Danke an den lieben Florian, dass du mir geholfen hast. Checkt seinen Instagram-Account. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was sagt man das? Boah, ich habe das schon lange nicht mehr... Das heißt auf Deutsch aber jetzt... Gute Hunger! Genau, das ist Polnisch. Boah, ist das geil! Ich chill hier auch ganz gern, wenn ich sage. Ich mag, dass du der Schauspieler mal vor allem bist. Sorry, mach mal nochmal, Kollege. Mein Gott! Was glaube ich da, Bühne? Scheiße!